Yo guys was geht der Philz hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar das ist jetzt mal das Intro vom Gewinner vom Facebook Gewinnspiel und zwar ging es darum was in diesem Karton drin ist da ist nicht das King Album drin ich habe es zwar da sind auch nicht die Mütter meiner Fußballkollegen drin und auch kein Greenscreen obwohl ich gerne einen hätte aber ist jetzt eine andere Sache da war tatsächlich mein MacBook drin und vor dem ist das Speedart hier auch aufgenommen worden und ja ich habe jetzt halt ein MacBook und ich kann auch unter der Woche arbeiten und eigentlich auch dort wo ich will wo auch immer ich will wenn ihr auch ein Intro mal gewinnen wollt dann könnt ihr mal Facebook liken mich auf Twitter folgen die Links sind alle in der Beschreibung das sind auch öfter mal Giveaways und Umfragen und so weiter bla 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 schaut da vorbei ansonsten genießt der Speedart äh der liebe Yukin hat gewonnen und ja also tschau's Leute haut rein das war Phil äh der liebe Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020